Ich wollte mich bei dem Meeting der Dings entziehen, der Verantwortung. Junge, Tim, was ist das denn? Spaß. Was ist das denn, ey? So. Freunde, ihr seid die Geilsten. Das ist, Freunde, das ist einfach das ist Community Support. Voldi ist drin, weißt du auch warum? Weil wir Supported haben. Weil wir eine geile Community sind. Weil ihr am Start seid, wenn man euch braucht. Ja. Der wäre nicht reingekommen. Der war heute schon auf Platz 11, ne? Der war heute schon auf Platz 11. Der wäre schon draußen gewesen fast, ne? Hätte ich jetzt im Stream nicht nochmal Werbung gemacht und hättet ihr euch nicht entschlossen, da nochmal dick zu voten, wäre der wahrscheinlich nicht reingekommen, ne? Jetzt weiß ich nicht, gibt es den, also ist es noch so, dass wenn du ins Bild reinläufst, die Leiche umfällt, also das gab es ja mal, egal wie lange die Leiche da schon liegt, oder muss das, also ist das wieder normal? Weil wenn ist da gerade einer umgefallen und ich habe niemanden wenden sehen. Okay. Bei mir lag die ja schon. Ich habe sie ja auch geportet, also bei mir ist er wirklich gerade umgekippt und ich habe direkt auf den Wend geguckt. Waren das keine Leute? Das werden Lover sein. An Licht. Also entweder Lover oder Vampir, nicht mal Warlock. Ja, true. Also nicht mal Warlock kommt dafür in Frage. Okay. Ich kann dir genau sagen, was passiert ist. Außer natürlich Warlock auf feine Katzen. Hör mir zu. Okay. Timid ist Vampir. Er hat gebissen beim Licht, ist in dem Wend, ist ins Greenhouse gewendet, ist wieder rausgelaufen und wieder zur Leiche hin. Nice guesser, vertrau mir. Ja, warte mal, wo ist denn der Vampir oben? Oh. Alter. Können wir, können wir, können wir, können wir dafür voten? Wie ist du mir doch leid? Ja, also das war, das war Mist. Aber Vivi, pass auf, wenn das funktioniert hätte, dann wärst du eine Legende gewesen. Das wär cool gewesen. Das wär, war Mist. Du warst ja auch, selbst wenn das funktioniert hätte, wär Vivi nicht die Legende gewesen. Aber ey. Hätte man dir das zugeschrieben, Flesch. Du warst ja mal alle, oder? Das war, das war, das war, no risk, high reward für dich und high risk, no reward für Vivi. Du hast, du hast ja das nur ausgedacht alles, oder? Das wär echt cool. Ey, yo, wenn er Chester wär, ich vote ihn trotzdem, dann hat er den Sieg verdient. Okay, pass auf, dann kann ja jetzt der Evil-Gaster Chester auf Flesch machen. Vertrau mir. Vertrau mir, wenn du willst. Ja, vertrau uns auf Flesch. Vertrau mir, das wird's. Das wär, das wär zwar ein krasser Move, aber so krass war ich auch nicht. Leute, ihr könnt doch nicht meinen Sohn voten und das am Vatertag. Nehmen wir mal an, der Vlesch fliegt ja wahrscheinlich eh jetzt. Dann sind jetzt vier gute. Ich bin der Letzte, der überhaupt noch voten kann, Vlesch. Hä, warum vier gute? Achso, ja klar, ich bin gut. Votet mich nicht. Urteilsgefäßig. Freihaters. Da bin ich aber froh. Post haben sich nicht getraut. Geil. Käsetoast. So, einmal die Medium-Info. Diese Task ist übrigens buggy. Man geht immer nach links, wenn man die macht. Man kann sogar teilweise hier runter noch laufen. Richtig weird. Au, 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 au. Ich muss aber sagen, ich hab gar nichts gesehen. Ja. Das liegt in dem Gang zwischen Light und Admin. Au, au, Tim. Ja. Tim. Also Dalo und ich denken, glaub ich, grad das Gleiche. Moment, ich hab Tim nicht gesehen. Ich hab nur dich gesehen. Ich würde so unglaublich gerne wissen, wie Jeff gerade gestorben ist. Das hab ich nie gesehen. Ich stehe an den... Achso. ...an diesem zerbrochenen Edelstein. Jeff steht unter mir an dem Tisch, wo man sortiert. Jeff fällt um. Er ist nicht im Warlock-Range. Niemand ist Vampir, um ihn zu beißen. Aber er ist einfach umgefallen. Und er ist vorm VIP umgefallen. Er war nicht VIP. Ein Sohn, das überhaupt nicht, wie der gestorben ist. Also mittlerweile... Ist er... Nee, das ist kein Scherz. Der ist einfach umgeplupst. Und der war nicht in meiner... Nein, nein, nein. Also, Timit war VIP. Und er war danach gestorben. Scheiße, wer hat denn vorhin reportet? Jetzt hör mir doch mal zu. Pass auf. Jeff war nicht in meiner Warlock-Range... Das ist kein Scherz. Der war nicht in meiner Warlock-Range. Der konnte nicht gebissen werden. Wie ist der gestorben? Ich hab noch wichtige Infos, ne? Ich glaub, wir können's nicht herausfinden. Ich hab noch wichtige Infos. Also, nein. Also, Timit hat hier nicht gekillt. Wer hat denn vorhin Basel reportet? War das erste Runde? Aber Dalu, du hast das doch auch gesehen, oder? Ja, dann war ich das. Erste Runde hab ich reportet. Ja, das ist Dalu leider. Was ist das, was Timit der erste Runde reportet hat? Was ist vorhin nur los? Wenn du... Du hast Basel reportet, ne? Ja, in der ersten Runde, weil sie gestorben ist. Ja, ja, ja. Au, au, au. Nee, schade. Ich war sicher, dass das nicht reportet, Trescher? Ja. Was ist dein Problem? Sag mal. What is your role? My role is bait engineer, Basel. Ja, das kann doch sein. Aber du kannst doch auch einen Reportmanuell... einen Baitmanuell reporten. Der ist ja... Der ist ja vor mir umgefallen. Ah. Das ist eine Bella. Ah. Leute, ich geb's heute auf als Crew. Ich mag... Können wir jetzt erstmal darüber reden, was Vleska reintrollt? Sein fünf Runden. Aber wir müssen... Das ist doch aber okay, wenn du dir das so abspeicherst, dass er Jester für dich ist, kannst du das ja ignorieren. Aber was? Und dann Terste, Terste Voten. Aber wir sind... Terste Voten? Nein, nicht Terste Voten. Also ich... Die Runde ist vorbei. Also die Runde... Wir verlieren trotzdem. A. Er hat Terste seine Rolle bekannt gegeben. Ich gehe davon aus, dass nur gute tot sind. Das heißt, es ist eh jetzt zu Ende. Was ist Terste denn? Äh, Tracker. Ja, okay, sorry. Aber da steht halt, my role is bait engineer. Na? Also wenn er echt vorm Bait reported hat, dann ist das halt ultra unlucky. Aber ich muss dann natürlich trotzdem callen. Muss das natürlich trotzdem callen. Aber ich glaube, Tim ist tatsächlich dann auch Killer, ne? Weil Tim so auf mich schießt. Und wir sind doch noch grad hier vorbeigegangen. Nee, 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 nee. Okay, ein Böser ist gerade gestorben. Sehr gut, Terste. Was hast du gemacht? Cool. Äh... Ein Böser ist gestorben? Ja, Julie ist böse gewesen. Also Julie liegt im Y-Mittich. Und da ist grad Tim noch vorbeigelaufen. Oh, scheiße. Du hast mich erwischt. Tim könnte aber eigentlich gut sein. Weil, und das ist ein bisschen gemein. Ich wollte nicht drauf achten. Es war Zufall. Sie ist ja jetzt Eto. Deswegen hätte ich sie nicht verraten. Ja. Ähm. Jemand... Die Blätter-Task. Das ist fair. Ja, ja. Tim und Julie kommen gleichzeitig zum Blätter-Task. Tim jeetet nach links weg. Und Julie bleibt stehen. Ja. Ja, oder was halt auch sehr wahrscheinlich wäre, dass ihr beiden Mates seid, ne? Okay, von mir aus schmeißen wir Tim raus. Let's go. Nein, nein, warum? Ja, nein, um dir zu zeigen, dass ich kein Mates mit dir bin. Hey, dann würde ich eher Dalu oder Vlesgo. Hallo. Ja, dann lieber Vlesgo. Warum mich denn? Nö, dann nehme ich jetzt Dalu. Das reicht mir. Hallo. Dalu. Stopp, Tim. Nein, 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 niemals. Ich will Terste schon letztes mit dem Ding rausholen. Nein, aber Terste ist es nicht. Der war mit mir in der Blätter-Task. Warte mal. Ich glaube nicht, dass Terste den Call mit dem Dingens, mit dem Bate machen würde, wenn das nicht stimmt. Er hat auch extra, ich glaube, das würdest du dir nicht einfach so ausdenken, um jetzt irgendwen raus zu, das würde ich machen, das glaube ich nicht. Was ist dein Lieblingsbrot, Tim? Es muss O.D. sein. Ja, aber es ist doch Vatertag, Alter. Ja, Bart redet auch so wenig, ne? Und Julie. Ich rede mal viel. Du hast gut hier gerade gefunden. Julie. Voll engage auf Opa. Julie ist gerade erst noch runtergelaufen. Da war Tim noch oben bei mir. Klar, wenn ich zum Vampir gehen würde, okay, möglich, aber ich glaube, dass sie da unten erst gestorben ist. Ich mach vollkommen froh. Dalu, vertrau mir, Dalu. Geh auf Opa. Du hast mir nicht vertraut, Tim, und ich bin geflogen. Ich hab dir vertraut. Ich bin rausgeflogen als Detektor. Nein. Ich hab Dalu gewartet, aber nur weil Opa Bart ist Vatertag heute und dem will ich einfach nicht kenne. Hättest du gewartet in der letzten Runde, Dalu, wenn wäre ein Teil passiert. Ja, ich muss ja übrigens. Kirste, was glaubst du, wer es ist? Ja, also ich denk, Tim ist schon ziemlich safe. Die Story mit Dalu kann halt stimmen, das wär aber sehr anhackig. Nee, Tim ist es nicht, safe nicht. Aber Tim ist gerade nach unten. Nein, Tim ist es Bart. Ein Bart. Es ist Bart. Es ist Lumpen. Skipp, 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 skipp. Die sind halt alle böse, ne? Ja, aber du hast doch keine Zeit, wenn der Maus auf dem Bord. Dadurch, dass Bart weggegisst wurde, muss er... Oh mein Gott, nein. Jetzt gewinnt er noch, ne? Jetzt gewinnt, jetzt gewinnt noch Dalu, oder? Das ist Vlesk. Er braucht nur noch Vlesk. Ja, 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 komm, wer hat die, ne? Nein! Oh mein Gott, ey. Oh. Oh, es waren alle böse wieder. Ja, ja. Oh, alle waren böse. Oh, es wurde übrigens von jemand... Ja, alle waren böse, ja. Ich dachte, aber ich wusste nicht, dass du Lava suchen. Oh mein Gott. Ja, 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 ja. Oh, krass. Ja, 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 ja. Und Promoted als fucking Sky. Aber das ändert nichts daran, dass Jeff auf meinem Bildschirm einfach random umgefallen ist. Wie bist du gestorben, Jeff? Ich dachte, du hast ihn gekillt, Vlesk, und deswegen erzählst du so'n Scheiß. Juni hat mich gekillt. Juni hat mich gekillt. Juni hat mich gekillt.